Das hätte ich vor ein paar Wochen auch noch nicht gedacht, dass ich in Kolumbien auf der Koka-Plantage stehen würde und Koka ernte. Alles für euer Kokain. Kolumbien ist der weltweit größte Produzent von Kokain. Schätzungen gehen davon aus, dass hier jedes Jahr über 1000 Tonnen der Droge hergestellt werden. Das Kokain-Geschäft hat dabei verheerende Auswirkungen auf die Umwelt. Es werden Teile des Regenwaldes gerodet, um Platz für Anbauflächen zu schaffen. Bei der Weiterverarbeitung gelangen giftige Chemikalien in die Böden und Flüsse. Und auch das Leben vieler Menschen wird vom Kokain-Business beeinträchtigt. Viele Bauern leben in Armut und sind auf den Koka-Anbau angewiesen. Allerdings gibt es immer wieder gewaltsame Übergriffe durch das Militär, das ganze Plantagen zerstört. Ich habe mir gedacht, wenn ich schon mal in Kolumbien bin, dann möchte ich eigentlich auch eine Koka-Plantage besuchen, um mehr über die Kokain-Produktion zu erfahren. Aber ich wusste überhaupt nicht, wie ich das anstellen soll. Ich meine, als deutscher YouTuber auf eine kolumbianische Koka-Plantage zu kommen, ist jetzt nicht so mega leicht. Deswegen habe ich einen lokalen Journalisten kontaktiert, der schon solche Beiträge gemacht hat. Und der hat mir gesagt, dass er mir helfen kann. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie gut das Ganze funktionieren wird. So, dann geht es jetzt in diesen Miniflieger und dann ab in ein ganz kleines Dorf in Kolumbien. Von da aus auch nochmal weiter. Bis kurz vor den Dreharbeiten ist nicht klar, ob es überhaupt funktionieren wird, eine Plantage zu besuchen. Denn obwohl unser Kontaktmann die Bauern kennt, zögern diese noch. Ich mache mich trotzdem auf den Weg in den Südosten Kolumbiens. Hier soll viel Koka angebaut werden. Für die Reise musste ich natürlich Flüge und Unterkünfte vor Ort organisieren. Auf jeden Fall ein teures Vorhaben. Deswegen habe ich geschaut, wie man das alles am günstigsten buchen kann. Dafür gibt es einen kleinen Trick. Denn oft unterscheiden sich die Preise auf Webseiten, je nachdem, von welchem Land man auf die Seite zugreift. Und mit einem VPN wie NordVPN kann man ganz einfach seinen Standort ändern. Zum Beispiel bei diesem Hotelzimmer hier. Normalerweise kostet das 88 Euro pro Nacht. Wenn ich mich aber mit NordVPN über Kolumbien verbinde, dann bekomme ich ein Angebot für nur 77 Euro. Also 11 Euro gespart. Mit NordVPN kann man so bei der Buchung von Flügen oder Hotels auf jeden Fall eine Menge Geld sparen. Aber auch auf meiner Reise war ich super froh, dass ich NordVPN auf dem Handy hatte. Weil ich habe super oft öffentliche WLAN-Netzwerke zum Beispiel am Flughafen oder in Hotels genutzt. Und da werden die Daten ja im Normalfall unverschlüsselt übertragen und können so theoretisch abgegriffen werden. Wenn man aber einen VPN wie NordVPN aktiviert, werden die Daten verschlüsselt durch einen gesicherten VPN-Tunnel übertragen. Auf nordvpn.com slash tomatolix gibt es immer den besten Preis. Aktuell gibt es da beim Zwei-Jahres-Paket nochmal vier Monate gratis dazu. Und ihr könnt NordVPN auch erstmal ganz in Ruhe ausprobieren. Denn sollte es euch doch nicht gefallen, gibt es eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ich glaube, das hier wird heute der gefährlichste Dreh, den ich jemals gemacht habe. Ich meine, ich bin jetzt hier irgendwie alleine in Kolumbien und wir reisen zu einer Kurka-Plantage. Und dieses ganze Gebiet hier wird von bewaffneten Gruppen kontrolliert. Ja, mal gucken, wie das wird. Ich hoffe einfach, dass wir nicht sterben und einfach ein paar gute Aufnahmen machen können. Um 5 Uhr morgens machen wir uns auf den Weg. Die Plantage ist nämlich einige Stunden von der nächsten Stadt entfernt. Ich bin ein bisschen aufgeregt und frage unseren Kontaktmann Ramiro, wie gefährlich es heute für uns werden kann. Es gibt zurzeit zwei bewaffnete, rivalisierende Gruppen in dieser Region. Da kann es durchaus kompliziert werden. Deswegen ist es sehr wichtig, dass man mit Einheimischen unterwegs ist, die sich hier auskennen. Haben wir denn jetzt die Erlaubnis von den bewaffneten Gruppen in diese Gebiete zu fahren oder nur von den Kurka-Bauern? Oder wie sieht das aus? Also haben wir eine Erlaubnis? Nein, wir haben nur die Erlaubnis von den Bauern. Die stehen in Kontakt mit den bewaffneten Gruppen. Was denkst du, was könnte passieren, wenn jetzt solche bewaffneten Gruppen auftauchen würden? Ich denke nicht, dass es Probleme geben wird. Sollten wir auf bewaffnete Gruppen treffen, würden wir mit ihnen verhandeln. Okay, also wir sind mittlerweile über drei Stunden vom Flughafen entfernt und immer noch nicht eingekommen. Das ist wirklich am Arsch der Welt hier. Wir haben jetzt hier gerade schon mal die Kurka-Bauern getroffen. Die haben jetzt irgendwie noch Equipment eingeladen. Und jetzt geht es zur Kurka-Plantage. Okay, also von der Hauptstraße, sag ich mal, sind wir jetzt nochmal abgebogen in so eine Art Feldweg. Ich glaube, ich soll mal eigentlich nicht durchfahren. Also hier ist halt wirklich gar keine Straße mehr. Ja, das Ganze wird halt wahrscheinlich ein bisschen abgelegen sein. Anscheinend geht es hier auf der Straße nicht mehr weiter, weil der Weg einfach komplett zugewachsen ist. Das heißt, wir müssen jetzt den Rest laufen. Ich glaube, ich ziehe hier meinen Apfel-Escouba-Hut an, weil die Sonne ist einfach so krass. Es ist so warm. Also wir müssen jetzt hier über den Fluss auf die andere Seite. Richtig abenteuerlich hier. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Jetzt noch hier so durchklettern. Sieht schon krass aus. Es ist einfach alles voll mit grünen Pflanzen. Alles voll mit Kurka. Ich treffe den Besitzer der Plantage. James ist schon seit 20 Jahren im Kurka-Business. Ich bin 1996 hierher gekommen, weil es im Landesinneren keine Arbeit gab. Wie viele andere habe ich dann einen Job auf einer Plantage angeboten bekommen, wo ich gelernt habe, wie man Kurka anbaut und verarbeitet. Wie viele Kurka-Pflanzen habt ihr hier angebaut oder wie groß ist die Farm? Insgesamt baue ich hier auf vier Hektar Koka an. Ich pflanze drei unterschiedliche Sorten an. Boliviana, Catura und Chipada. Die haben hier drei unterschiedliche Sorten, die unterschiedlich schnell wachsen und auch unterschiedlich viel Koka-Paste am Ende ergeben. Und dann ist das immer so eine Abwägung, welche Sorte pflanzt man, damit sich das am besten lohnt. Ja, das habe ich schon erfahren. Und wie viele Menschen arbeiten hier so? Wenn wir in der Produktion sind, haben wir hier fünf bis zehn Sammler. Für eine Ernte brauchen wir ungefähr ein oder zwei Wochen. Dann dauert es erstmal bis zu zwei Monate, bis die Blätter nachgewachsen sind und wieder geerntet werden können. Wie viel Kokain könnt ihr an einem Tag ernten? Wir sammeln hier mindestens 250 Kilo am Tag. An einem Tag? An einem Tag. Und wie viel Kokain kann daraus dann hergestellt werden? Das hängt von der Sorte ab, aber es sind so um die 900 Gramm. Gibt es irgendwelche Herausforderungen dabei, Koka anzupflanzen? Koka anzubauen ist überhaupt nicht schwer. Man braucht einfach nur ein Stück Land. Das Saatgut bekommt man sogar von anderen Bauern geschenkt. Schwierig ist es nur, die Pflanzen zu pflegen und Schädlinge zu bekämpfen. So, jetzt will ich das Ganze natürlich auch mal selber ausprobieren, so Koka zu ernten. Deswegen werdet ihr mir das jetzt mal zeigen. Nimm die Zweige zwischen die Beine, als würdest du auf ein Pferd steigen. Nimm die kleinsten Zweige. Und mit diesen Fingern kannst du ziehen. Das wird etwas wehtun. Nein, nicht so. Mach das so. Mach das so und so. Du musst stark nach hinten ziehen, dann tut deine Hand nicht weh. Ist gar nicht so einfach. Das hätte ich vor ein paar Wochen auch noch nicht gedacht, dass ich in Kolumbien auf der Koka-Plantage stehen würde und Koka ernte. Alles für euer Kokain. Also für das Tempo würde ich dir keinen Lohn zahlen. Mit dir mache ich Verluste. Du bist gefeuert. Ich glaube, ich muss hier noch viel lernen. Also es ist nicht so einfach. Okay, also ich habe jetzt ungefähr ein halbes Kilo geerntet. Und die ernten hier 200 am Tag. Ich hoffe, man macht sich nicht strafbar, wenn man irgendwie Koka erntet und mithilft bei der Koka-Produktion. Ist das so? Muss ich mal den Solmecke fragen. Also wir haben jetzt Koka-Blätter geerntet und jetzt geht es hier in das Labor, das auch zur Plantage gehört, wo die Koka-Blätter direkt verarbeitet werden. Das heißt, aus den Koka-Blättern wird jetzt Koka-Paste gemacht, die dann an die Mafia weiterverkauft wird. Boah, crazy. Man sieht da so ein Zelt irgendwie. So mitten im Dschungel dann hier so ein Labor. Welche Chemikalien werden so für die Produktion von Kokain eingesetzt? Hauptsächlich benutzen wir Calciumhydroxid. Das lösen wir im Wasser auf. Dann fügen wir ein wenig Ammoniak hinzu. Diese Mischung kippen wir dann auf die Blätter. Dann muss alles vermischt werden, damit die Chemikalien helfen, das Alkaloid aus den Blättern zu lösen. Ich muss sagen, das stinkt auf jeden Fall ganz schön durch diese ganzen Chemikalien und so. Das ist so ein richtig beißender Geruch irgendwie in der Luft. So ein bisschen, ja, ich weiß nicht, wie auf der Baustelle oder so. Keine Ahnung. Riecht auf jeden Fall nicht so gut. Nicht gesund. Und ich würde da, glaube ich, nicht einfach mit meinen nackten Füßen durchlaufen wollen. Aber hey, so scheint das hier wohl zu sein. Als nächstes kommt noch Benzin dazu. Okay, verrückt. Also das Benzin wird hier versteckt, damit, falls die Polizei irgendwie vorbeikommt, die das nicht findet oder so. Crazy, so unter den Toastbrettern. Wenn wir die Chemikalien draußen stehen lassen würden und das Militär kommt, werden die Chemikalien verbrannt. Das wäre ein großer Verlust für uns. Wir nehmen die Mischung und schütten sie in diese Behälter. Dann geben wir das Benzin dazu. Das dient als Lösungsmittel, um die Coca-Paste zu extrahieren. Wie lange dauert der komplette Prozess, um diese Coca-Paste herzustellen? Nachdem alles im Fass ist, bleibt es da für 20 Minuten. Danach entfernen wir den Stöpsel des Behälters und das Benzin fließt in ein Becken. Dieser Prozess wird so oft wiederholt, bis am Ende die Coca-Paste übrig bleibt. Das klingt nach ganz schön viel Arbeit. Also 15 Tage lang immer wieder dieser gleiche Prozess, nur um am Ende diese Paste zu haben. Klingt schon aufwendig. Und am Ende, wie viel Paste habt ihr dann? Am Ende der Ernte von circa 5 Tonnen Coca-Blättern haben wir je nach Pflanzensorte ungefähr 12 Kilo Paste. Und für wie viel könnt ihr dann 1 Kilo Coca-Paste verkaufen? Also wie viel kann man damit verdienen? Für 1 Kilo bekomme ich zurzeit knapp 580 Euro. Nach Abzug der ganzen Produktionskosten bleiben um die 170 Euro übrig. Aber trotz der ganzen Kosten lohnt es sich, mehr Coca anzubauen als jetzt andere Sachen, wie Gemüse zum Beispiel. Die Ernte von einem Hektar Bananen oder Tomaten könnte ich für 960 Euro verkaufen. Aber die Produktions- und Transportkosten sind fast 1.550 Euro. Das bedeutet, ich würde bei jeder Ernte 600 Euro Verlust machen. Bei der Coca-Paste fallen diese Transportkosten schon mal weg. Ich kann die 12 Kilo Coca-Paste einfach im Rucksack mitnehmen. Bei Coca mache ich keinen Verlust, sondern habe pro Ernte einen Gewinn von 2.100 Euro. Reich werde ich damit nicht, aber ich kann damit meine Familie ernähren. Ja, da meine Familie. Eine Sache, die ich schon immer mal ausprobieren wollte, war, Coca zu kauen, weil das soll auch so belebende Effekte haben. Also viele Leute, ja, so einheimisch machen das anscheinend. Das heißt, ich werde das jetzt einfach mal machen. Schmeckt nach Pflanze, wie Salat oder so. Wie würde dein Leben ohne Coca aussehen? Ohne Coca müsste ich vielleicht in der Stadt betteln oder wäre in irgendeiner kriminellen Gruppierung. Hast du denn schon mal Kokain konsumiert? Nein, ich habe noch nie Kokain genommen. Was denkst du über Kokain als Droge? Kokain ist eine Substanz, die der Gesundheit schadet und abhängig macht. Es hat einen negativen Einfluss auf das Leben vieler Menschen. Aber wir sind Bauern. Es ist die einzige Alternative, die wir haben. Was denkst du über den Fakt, dass ein Gramm Kokain in Europa, in Deutschland zum Beispiel, 60 bis 80 Euro kostet? Nun ja, wir sind das erste Glied in der Produktionskette und wir sind eben diejenigen, die am wenigsten verdienen. Während ein Gramm Kokain in Deutschland 60 bis 80 Euro kostet, verkaufen Bauern ein Gramm ihrer Coca-Paste für umgerechnet 58 Cent. Das ist schon krass. Irgendwie finde ich das schon verrückt, dass einfach diese Pflanze dafür verantwortlich ist, dass es so viel Leid auf der Welt gibt und so viel Krieg, so viele Menschen leben, die da irgendwie mit involviert sind. Und das ist einfach nur eine Pflanze. Es ist schon irgendwie absurd. Das Kokain-Business hat viele negative Auswirkungen auf die Menschen hier, die Umwelt und auch die ganze kolumbianische Gesellschaft. Ich fand es schon krass zu sehen, dass vielen Menschen hier einfach gar nichts anderes übrig bleibt, als Coca anzubauen. Und dabei riskieren sie unter harten Arbeitsbedingungen nicht nur ihre Gesundheit, sie leben auch in ständiger Angst vor möglichen Übergriffen durch den Staat. Aber wie ich hier gesehen habe, ist es gar nicht mal so leicht, eine Lösung für die ganze Situation zu finden. Ich fand es auf jeden Fall mega spannend, mal hinter die Kulissen von so einer Coca-Plantage zu schauen, auch wenn es eigentlich gar nicht so spektakulär war, weil Coca ist halt nur eine Pflanze. Was denkt ihr über das Thema? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Hier geht es zu einem weiteren Video von mir aus Kolumbien. Abonniert den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Und bis zum nächsten Mal.